So und bevor es losgeht auf jeden Fall, muss ich das immer erwähnen, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like, ein Dislike da, keine Ahnung, mir egal, für den Algorithmus, einen Kommentar würde ich mich freuen, aber wie gesagt, abonnieren ist ganz gut, das soll man ja immer anfangs des Videos sagen, habe ich jetzt damit getan, legen wir mal los. So erstmal auch wieder ein Kaffee, es ist gerade 7.55 Uhr, dann müssen wir erstmal einen Kaffee trinken, in der leicht kalten Variante, weil es noch ein bisschen warm, da geht mir auch schon die Stimme ein bisschen weg, so, hallo meine Freunde, ich bin es wieder, euer Support von playstation.de und das sind die Zwischennews, die jetzt immer Donnerstag sind, weil passt mir besser, vielleicht auch mal wieder Mittwoch, vielleicht wieder Donnerstag, schauen wir mal, einer von den beiden Tagen auf jeden Fall. Und es ist schon wieder ein bisschen was passiert, besonders im Bereich Playstation 5 kaufen, da gehe ich mal ganz kurz drauf ein, ihr konntet jetzt diesen Monat schon mehrmals die Playstation 5 bei diversen Händlern kaufen und das Interessante, wo viele von euch drauf warten, wo viele andere Medien ziemlich bescheuert drüber berichten, ist einfach das Thema mit Amazon und da muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, Amazon hat auf jeden Fall ein sehr starkes Kontingent an Playstation 5 Konsolen wieder gehortet und tut es immer noch so viel wie ich weiß und werden dieses Kontingent jetzt irgendwann demnächst rausballern und es werden so viele Konsolen sein, dass man davon ausgehen kann, dass das Ganze auf jeden Fall ein paar Minuten stattfinden wird und nicht innerhalb von, ja, ihr wisst, dass die obligatorischen 5 Sekunden wieder vorbei sein wird. Ich habe euch alles soweit verlinkt, es wird wahrscheinlich so sein, dass es die digitale Variante sein wird, die mit Laufwerk und dieses Bundle mit Ratchet & Clank, alle Links sind auf jeden Fall im Artikel drin, also, wie gesagt, sollte es dann soweit sein und Amazon endlich loslegen, werde ich auf jeden Fall auch eine Push-Nachricht raushauen, also auf jeden Fall Playstation-Info. Abonnieren. So, nichtsdestotrotz, Zwischen-News, ne, sind nicht Playstation 5 News, aber ich wollte darauf eingehen, sondern sie sind ab sofort die He-Man-News, nein, Spaß beiseite, aber auch ein kleines Off-Topic ist, ähm, der deutsche Trailer zu der neuen Masters of the Universe Serie wurde rausgeballert und ja, es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie Netflix das mit Masters of the Universe handhaben wird, so. Die Serie startet am 23. Juli und ja, wird dann halt in zwei, ähm, zwei Parts unterteilt sein, also die ersten vier Folgen oder fünf Folgen gehen online, dann später die anderen Folgen und ja, Masters of the Universe ist zurück, zurück, zurück ist auch The Last of Us Part 2 mit einem Update 1.09 wurde veröffentlicht, was jetzt genau da drin ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, ich denke mal, ich lese hier gerade Verbesserungen und Bugfixes, nichts Großes, aber The Last of Us könnt ihr ja mittlerweile auch auf der Playstation 5 in einer schöneren Grafik spielen und ja, nichtsdestotrotz gehen wir mal einfach zu einem Thema, was ein bisschen schon, äh, ein bisschen älter ist, aber auch nicht wirklich so viel älter, aber es ist einfach irgendwie so Gossip 2.0 und auch irgendwie so bezeichnend und einfach lustig und ihr habt es auch gefeiert und ich werde es auf jeden Fall am Wochenende nochmal reposten, ist das Thema 16-jähriger Scalper macht knapp 2 Millionen Euro Gewinn mit PS5-Verkauf. Also, wir regen uns ja alle darüber auf, dass die ganzen bösen Bots und die ganzen bösen Leute mit ihren ganzen Skripten und sowas uns die ganzen Playstation 5 Konsolen, äh, wegnehmen und da war ein 16-jähriger Amerikaner und der hat einfach sich gesagt, oder war er Kanadier? Ganz genau, weiß ich es gerade nicht, ich glaube es war Ami und der hat sich gesagt, ich mache es mal ein bisschen auf, auf noch größer und, äh, verkaufe so viele Playstation 5 Konsolen und seltene Pokémon-Karten, dass ich einfach dann 2 Millionen Dollar gemacht habe und wenn ich das richtig investiere, habe ich den Rest meines Lebens ausgesorgt. Abloss dafür auf jeden Fall, Karma wird auf jeden Fall auf uns alle zukommen und daher ist unten verlinkt, ist auf jeden Fall ein relativ lustiges Thema, aber ich, ganz ehrlich Leute, nehmt es nicht so ernst, einfach mit einem zwinkernden Auge und es ist einfach so ein bisschen Entertainment. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ich habe es auch so aufgefasst, dass es ein bisschen Entertainment ist. Entertainment ist auch das, was Nintendo gerade gemacht hat mit der Nintendo Switch, äh, Pro-Variante. Ja, hm, oder die OLED-Version, aber sie haben auch Pro-Variante geschrieben, kommende Pro-Version der Switch, ne? Ja, also, ihr müsst mir mal helfen, ihr müsst mir mal helfen. Bitte erklärt mir mal, was an der OLED-Version der Switch oder der Pro-Variante der Switch so viel besser ist als an der anderen Switch. Ich, ich, ich checke es einfach nicht, sind es die 64 GB, äh, Speicherplatz oder was das Ding hat. Ich verstehe es einfach nicht. Hatte nicht die Vita auch schon ein OLED-Display? Also bitte, ich bin, ich bin wirklich lernbereit. Erklärt mir mal bitte den Vorteil der Nintendo, der neuen Nintendo Switch-Variante, bevor ich sie mir kaufe. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Vieles verstehe ich auch nicht, was Sony Playstation macht und ich glaube, das geht vielen so. Aber nichtsdestotrotz findet heute, richtig, heute um 23 Uhr findet ein neues State-of-Play-Event statt. Da werden wieder ein paar Sachen angekündigt oder gezeigt werden. Ich glaube, sie haben auch reingeschrieben bei Twitter, was sie zeigen werden. Es war jetzt nichts Spektakuläres. Ich glaube, so ein paar Indie-Spiele wieder zum Beispiel. Ja, genau, ein paar Indie-Spiele werden gezeigt. Aber nichtsdestotrotz kann man sich das dann im Nachgang auf jeden Fall nochmal einen Tag später oder so angucken. Ja, State-of-Place ist auch immer so ein Thema. Freunde, wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder zum Wochenrückblick. Und da werde ich dann nicht um 7 Uhr anfangen. Nein, da werde ich ein bisschen später anfangen, wenn ich schon zwei Kaffees into habe. Bleibt gesund. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Und wollen wir mal hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird, dass wir wieder rausgehen können. Bis zum nächsten Mal. Haut sie rein. Tschüss. Tschüss.